Ja, herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Webinar in sechs Schritten in die Selbstorganisation mit deinem Team. Und vielleicht so eine kleine Frage vorab, wer gerne teilen möchte, darf gerne teilen. Was sind denn so eure Erfahrungen aktuell mit Selbstorganisation? Also von, ich bin hier reingestolpert, habe es noch nie gehört, bis hin zu, nee, unser Team hat schon ein selbstorganisiertes Betriebssystem für sich aufgebaut und wir arbeiten da täglich genauso. Würde mich natürlich mal ganz kurz interessieren, wo ihr hier gerade steht oder mit welchen Fragezeichen ihr vielleicht auch reingekommen seid. Und ihr dürft einfach reinrufen. Dann starte ich mal. Ich bin eher so ganz jungfräulich jetzt in dem Thema sozusagen. Ich bin ja selbstständig, deswegen wechsle ich öfters meine Teams. Ich finde das aber ein ganz spannendes Thema und Organisation in den verschiedenen Teams erlebe ich auch von bis. Und deswegen finde ich das irgendwie ganz spannend, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und bin ja gespannt und guck mal, was hier heute so da rumkommt. Dümmer macht es mich sicherlich nicht. Hoffentlich nicht. Also jemand, der immer neu in Teams reinspringt und eben auch Orientierung bieten muss vielleicht auch. Genau. Definitiv. Okay. Wie geht es den anderen? Noch eine Stimme vielleicht zu Beginn? Dann haben wir eine kleine Verortung. Kann ich gerne mal. Wir kennen uns ja bereits. Wir haben zusammen die Loop Fellowship gemacht. Und Björn habe ich letzte Woche kennengelernt. Ich bin bei uns intern in der Agentur Loop Fellow. Und wir arbeiten seit Anfang 2021 im Loop. Und seitdem hat das bei uns angefangen und inzwischen relativ stabil, würde ich sagen. Die ganze Firma loopt sich durchs Leben. Wir haben Kreise und Rollen definiert, nutzen die Meeting-Formate, arbeiten mit Spannungen und so weiter. Und das funktioniert bei uns nach einigen Auf und Abs inzwischen ziemlich stabil, würde ich sagen. Und auch so, dass es immer wieder positives Feedback gibt, sowohl von Leuten, die schon länger dabei sind, als auch von denen, die neu dazukommen. Und das genau deshalb auch zu schätzen ist, dass sie da so wirksam sein können. Super. Das war jetzt ein Paradebeispiel. Also von Verena, die hier quasi reinpurzelte, bis zu Henning, der jetzt wirklich schon sehr, sehr viel Erfahrung auch mitbringt. Das wird eine spannende Diskussionsrunde. Henning, du hast gerade schon das Stichwort angesprochen, Loop. Für die, die es nicht wissen, diese sechs Schritte, die wir euch auch gerne vorstellen wollen, wie man quasi mit einem Team zu einem selbstorganisierten Team wird, die basieren auf einem Ansatz. Und der nennt sich der Loop Approach. Der wurde von einer Beratung in Berlin entwickelt. Und der Loop Approach ist natürlich ein Überbegriff für ein Sammelsurium, darf man sehr liebevoll sagen, aus verschiedenen Interventionen oder auch Ansätzen, die Teams eigentlich dabei helfen, effektiver und freudvoller, sagen wir, zusammenzuarbeiten. Also da stecken Dinge drin, viel auch aus der Hulakratie, was ein Betriebssystem ist, was in Amerika mal entwickelt wurde in einer Beratung, aber auch systemtheoretische Ansätze oder auch Dinge aus der Soziokratie, genauso wie einzelne agile Methoden oder auch Selbstmanagement-Methoden wie Getting Things Done. Also ein Sammelsurium, ein buntes Sammelsurium, was aber in einem Ansatz zusammengebracht wurde, wo es dann eben entsprechend auch schön ineinander greift. Und Björn und ich haben so ein bisschen unsere eigene Geschichte dazu zu erzählen. Und das ist auch das, was wir eigentlich heute mit euch vorhaben. Wir wollen euch zum einen den Loop Approach mit diesen unterschiedlichen Schritten auch vorstellen, die man auch in einer gewissen Reihenfolge, deswegen so Schritt für Schritt, gehen darf, um sich eben selbst organisiert aufzustellen als Team oder eben auch als, wie Henning gerade schon sagte, Gesamtorganisation. Und gleichzeitig würden wir aber auch gerne unsere Erfahrungswerte teilen. Björn aus der Perspektive der geschäftsführenden Rolle seiner Agentur und ich aus der Perspektive einer Organisationsentwicklerin, die Teams eben entsprechend begleitet in diesem Transformationsprozess. Bevor ich jetzt rein dive, Björn, möchtest du vielleicht ein paar Worte kurz zu dir sagen, die den Kontext vielleicht auch noch mal ein bisschen besser herstellen, als ich das gerade gemacht habe zu deiner Rolle? Ja, gerne. Björn Eckerl, mein Name. Ich bin, wie gesagt, wie schon erwähnt, zum Zeitpunkt, als wir mit dem Loop und der Transformation unserer Agentur angefangen haben, Geschäftsführer gewesen, der Agentur 4 für Texas. Dass das heute nicht mehr so ist, ist ein Erfolg, den ich auch nicht zu kleinen Teilen dem Loop zuschreibe. Und ich habe in diesem ganzen Prozess, der ähnlich wie bei Henning, so rund drei Jahre bei uns hier in einer Agentur von rund 40 Personen andauert, habe ich mich auch zum sogenannten Loop Fellow ausbilden lassen und bin jetzt mit Miri eigentlich daran, auch dieses Thema wirklich in die Welt zu tragen und zu sagen, wir möchten anderen, nicht nur Agenturen, sondern Organisationen jeder Größe helfen, tatsächlich mit diesem Ansatz zu arbeiten. Und das ist was, was mich wahnsinnig motiviert, gerade auch aus der Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Jahren hier machen durfte. Und meine Idee war so ein bisschen heute, weil sie, wenn Miri mal in die einzelnen Schritte reingeht, euch nochmal ein bisschen einen Abgleich zu geben, was haben wir vor allem in der Praxis für uns mitgenommen? An welchen Stellen, glauben wir, ist das irgendwie wirksam oder vielleicht sogar magisch, was der Schritt jeweils bietet? Und da lade ich euch auch gerne ein, im Anschluss direkt in die Fragen zu gehen. Und gerade, wenn ihr vielleicht an dem Punkt seid, auch selbst über so einen Schritt nachzudenken oder es schon gemacht habt und vielleicht euch da eher gescheitert fühlt. Also dafür ist heute die Runde da, ein bisschen sozusagen Erfahrungswerte euch auch mitzugeben und euch in den Ansatz reinzuholen. Schön, genau. Und ich ergänzend bin Organisationsberaterin, habe eine Organisationsberatung mit Sitz in Berlin und Frankfurt, die Like a Zebra heißt. Und genau, wir begleiten Teams in selbstorganisiertes Arbeiten oder auch Teams, die schon in der Selbstorganisation sind, ja, da vielleicht nochmal nachzuschärfen an der einen oder anderen Stelle, weil so ein Prozess ist ja auch eben nicht direkt abgeschlossen, sondern der geht immer so iterativ weiter, spannungsbasiert weiter, könnte man sagen. Was wir, worauf wir einfach nochmal gucken wollten, das ist ja kein Selbstzweck, dieses ganze Thema Selbstorganisation, sondern wir wollen nochmal auf das berühmte Problem gucken. Und da finden wir es so, das ist das Sinnbild, so ein bisschen irgendwie die Führungsmannschaft, die versucht irgendwie dieses System Organisation in eine gewisse Richtung zu bringen. Und manchmal fühlt sich das so an, oder das ist das, was wir auch gesagt bekommen in vielen Gesprächen, die wir dazu auch führen, dass es so ein bisschen ist, man muss da so ziehen. Und wir wollen eigentlich ja genau das mit diesem Ziehen nicht. Es fühlt sich nämlich sowohl für so eine Führungsmannschaft als auch für ganz viele tolle Menschen, die in den Teams arbeiten, nicht so schön an. Und dieses Ziehen oder dieses bisschen zähe Gefühl, das setzt sich ganz oft zusammen aus beispielsweise unklaren Rollen. Also dass es nicht so wirklich klar ist, wer denn hier für was verantwortlich ist und dass es auch nicht gut abgegrenzt ist. Das setzt sich auch oft zusammen, das hat der ein oder andere von euch sicherlich schon mal erlebt, Meetings, die, wir würden mal sagen, einem nicht die Energie geben, die sie einem geben sollten oder vielleicht nicht so lösungsorientiert sind, wie sie vielleicht sein könnten. Und aber auch tatsächlich in einer sehr komplexen Umwelt, in der wir uns gerade befinden, mit der wir auch zurechtkommen dürfen an der Stelle, was nicht immer ganz einfach ist. Es gibt viele Baustellen im Innen, im Außen, also sei es jetzt irgendwie die Corona-Geschichte, die uns alle so ein bisschen wie so ein kalter Wind irgendwie erst mal umgehauen hat und wo wir uns neu sortieren mussten, aber auch viele interne Baustellen, wo man eben gucken muss, wie kann man eigentlich an den Projekten, die man auf dem Tisch hat, wie kann man das gut organisieren? Unter oft viel Zeitdruck, Zielen, die gesetzt werden und aber auch an vielen Stellen eine gewisse Überforderung, die vielleicht dann auch dazu führt, dass es sich nicht mehr so, dass man nicht mit einer Leichtigkeit arbeitet. Und die Überforderung ist, würde ich sagen, ja durchaus auch auf allen Ebenen, aber auch auf der Geschäftsführungsebene, wie kann ich eigentlich diese Verantwortung, die ich hier habe oder auch an der Führungsebene, wie kann ich die Verantwortung, die ich hier habe, denn gut verteilen, damit jeder in der Organisation in seiner Rolle auch wirksam werden kann. Und nicht zuletzt das Thema Entscheidungen, ein sehr kritischer Punkt. Was wollen wir eigentlich machen? Wir möchten das umkehren, wir möchten, dass der Esel sich ziemlich wohl fühlt in seinem System und auf dem Rücken liegt und einfach mit einer ziemlich hohen Klarheit und Entspannung, ich finde, der sieht sehr entspannt aus, einen offenen Umgang findet mit den Themen, die die Organisation und die die einzelnen Individuen in der Organisation bewegt, also wirklich Spannungen positiv auch integriert in das System, dass es geklärte Rollen gibt, dass es eine hohe Teamzufriedenheit gibt und dass Verantwortung wirklich auch effektiv verteilt wird und dann entsprechend eben auch mit einer Effizienz in den Meetings gearbeitet werden kann. Das sind jetzt so ein paar Punkte, hört sich irgendwie einfach an, aber ist es nicht, sonst wäre es ja überall so und da gibt es eben viel zu lernen. Also am Ende des Tages ist so ein Weg in die Selbstorganisation eine Lernreise. Ich weiß nicht, Henning, würdest du das unterschreiben? Auf jeden Fall, man lernt sehr viel über sich selber natürlich auch, wie man sich intim auch verhält und auch wie das Team und die Organisation eigentlich selber aufgestellt ist. Also wir haben da auch mehrere Anläufe aus verschiedenen Richtungen gemacht, die alle dann so ineinander gegriffen haben, bis wir dann jetzt einen Zustand haben, wo wir, glaube ich, erstmal relativ stabil uns selber auch sehen können und wissen, wer wir sind. Ja, das ist wirklich auch nochmal sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Anläufe. Bei mir persönlich war es so, ich habe auch viele Anläufe gebraucht, um mir aus verschiedensten Denkecken auch Dinge zusammenzupuzzeln und bin so ein bisschen bei dem Loop-Approach auch hängen geblieben, weil er eine gute Synthese bietet von vielen Ansätzen, die in einer gewissen Reihenfolge einen Sinn ergeben. Und diese Reihenfolge würden wir euch gerne vorstellen. Denn zu Beginn geht es eigentlich darum, wenn wir anfangen, so eine Teamreise zu machen mit den Teams. Also man muss sich da oft vorstellen, das sind so Teamgrößen von irgendwie zwischen sechs und 15 Leuten. Das ist so eine klassische Größe. Und man geht wirklich Team für Team, Schritt für Schritt mit diesem Team in die Entwicklung. Und der erste Schritt ist der gemeinsame Purpose. Hinter dem Purpose steht eben das Wozu, also wozu gibt es uns, der Team-Purpose. Und ich finde, es lässt sich auf der Team-Ebene auch ganz gut als Auftrag übersetzen. Also was ist unser Auftrag eigentlich in der Organisation? Denn diese Klarheit und diese gemeinsame Klarheit als Team herzustellen, ist tatsächlich auch eine Entscheidungsprämisse am Ende. Also daran werden Entscheidungen auch ausgerichtet. Und jetzt quasi gucke ich mal in Richtung Björn. Björn, du hast das ja vor drei Jahren zum ersten Mal gemacht. Wie ging es dir damit und was hat es dir gebracht? Wenn ich jetzt zurückschaue und auch so quasi an die Fehler denke, die man da vielleicht so gemacht hat, würde ich sagen, ist die Magie und die Kraft eigentlich von diesem Ansatz mit dem Purpose, mit dem Warum zu starten, ganz klar nicht so sehr der perfekte Purpose, sondern der Prozess des Erarbeitens selber. Weil wie du sagst, das passiert im Team und wir können im Team in der Kraft auch der Gruppenarbeit überhaupt erst mal dieses gemeinsame Arbeiten an dem gemeinsamen Ziel erleben, können auch wertschätzen, was da auch immer für ein Ergebnis rauskommt und haben dann erst mal eine Grundlage, die, wie wir es nennen, kommen wir später auch noch mal drauf, safe enough to try ist und die wir dann Schritt für Schritt verbessern können. Das heißt, weniger perfektes Ergebnis, sondern den Prozess auch würdigen und gucken, was er uns als Team zur Verfügung stellt. Ich würde ganz gern noch unsere Erfahrung kurz schildern, wir haben auch genauso angefangen mit dem Team Purposes auf den Team-Ebenen und dann auch diese Kreise größer gebaut und dann auch die größeren Kreise mit Purpose bis hin zum Unternehmen und dann festgestellt, dass wir für das gesamte Unternehmen noch mal einen Strategieprozess auch braucht und dann haben wir dann wieder den auch mit diesem anhand dem Golden Circle durchgeführt und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass dann auch die Kreise sich noch mal sowohl umorientiert haben, es sind dann wieder Kreise weggefallen und haben sich neue gebildet, sie haben sich umstrukturiert und gleichzeitig auch der Purpose wird noch mal angefasst. Also ich glaube, und das ist ja auch ganz im Sinne dieses Loop Approaches, erst mal mit was anzufangen, was als Arbeitsgrundlage dienen kann, aber das auch regelmäßig auch wieder zu prüfen und zu hinterfragen und da war dieses Ping-Pong erst mal bottom-up und dann wieder top-down extrem hilfreich für uns. Da habt ihr jetzt die Erklärung, warum es eigentlich Loop heißt. Der Loop ist so eine Bewegung, die in kleinen Kreisen und nicht in so einem steilen Pfeil sich vollzieht. Wir sagen auch immer Schritt für Schritt, slow is fast und genau was Henning beschrieben hat, man hat eine Grundlage und kann dann eben auch, wenn man Bock drauf hat, wenn man sich sicher fühlt, auch in der Organisation noch ganz andere Bezüge herstellen. Aber der Loop ist eben dafür auch flexibel genug, der schreibt nicht normativ vor, dass das so und genau so zu laufen wird. Als zweiter Schritt geht man dann relativ schnell auch mit dem Team an so eine eigene Erklärung auch noch mal, weil wenn man jetzt den Auftrag hat, also wozu gibt es uns hier als Team, lässt es sich auch viel leichter noch mal auf die Verantwortlichkeiten gucken und eben zu gucken, okay, was brauchen wir denn hier, also jetzt auch mal unabhängig von den Menschen, die es hier schon gibt im Team, was brauchen wir denn hier an Verantwortlichkeiten, um diesem Purpose auch gerecht werden zu können und das lässt sich dann zusammenfassen unter dem Begriff rollenbasiertes Arbeiten, also das Team selbst aus sich heraus, nicht irgendwie irgendjemand anders sagt das, sondern das Team erschafft die Rollen, in denen dann auch autonom Entscheidungen getroffen werden können und es bekommt aber auch eine Hilfestellung oder eine Stütze, wo wir gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, wie sie diese auch wieder gemeinsam abschaffen können. Also es geht darum, eine Flexibilität auch sicherzustellen, dass das System, Team aus sich heraus Anpassungen vornehmen kann und in diesem rollenbasierten Arbeiten, ja, Björn, was liegt da für eine Kraft drin? Jetzt wollte ich es vorwegnehmen, aber sag ich doch mal. Ich würde sagen, es ist dem Purpose relativ ähnlich, nämlich auch hier wieder kann man erst mal von dem Status Quo ausgehen und der Status Quo, der ist erst mal so, wie eure Organisation nun mal ist. Die Rollen geben uns nur was an die Hand, sichtbar zu machen, was ist. Bei uns war das konkret so, wir haben aufgeschrieben, wer eigentlich welche Rollen, auch kleine Sachen in der Organisation übernimmt, um dann festzustellen, hui, da bündeln sich ja ganz schön viele Sachen auf einzelne Personen. Das war bei mir so, ich hatte neun Rollen und das ist natürlich erst mal irgendwie schockierend, aber erst mal okay, weil das beschreibt quasi, wie wir bis hierhin gearbeitet haben und dann kommt das, was mir gesagt hat, wir können über die Rollen eben leichter in die Bearbeitung gehen und können eben sagen, ich muss mich nicht komplett jetzt ändern, sondern ich kann erst mal diese einzelne Rolle an eine andere Person abgeben, die jetzt auch überhaupt nachvollzieht, was in dieser Rolle zu tun ist. Also die Kraft würde ich sehen, den Status Quo erst mal erkennen, ihn bemerken und ihn dann auch verändern zu können. In der Selbstorganisation spielt der Wert, könnte man fast sagen, Transparenz eine ganz hohe Rolle, denn das, was wir transparent machen, dadurch entsteht Nachvollziehbarkeit und wenn ich etwas nachvollziehbar nachvollziehen jetzt kann, dann entsteht natürlich automatisch ein höheres Vertrauen ins System und gleichzeitig aber auch mehr Möglichkeiten, das zu verändern. Ja, und als nicht ganz unwichtiger Punkt spielt das Thema Meeting-Formate eine große Rolle, weil wir müssen uns auch mal überlegen, wo werden denn, also wo passiert Kommunikation und wo passieren Entscheidungen in Organisationen sehr oft in Meetings und wenn diese Meetings aber nicht gut strukturiert sind und wenn sie eigentlich ja dem Team auch keine Energie geben, sondern Energie nehmen, dann haben wir ein Problem und in dem Loop-Approach und das kommt auch aus dem hologratischen System, haben sich zwei Meeting-Formate besonders bewiesen, auf die wir jetzt gerade nochmal eingehen und das ist nämlich das Sync-Meeting für den operativen Raum, wo man sich abstimmt, ja, Informationen teilt oder Informationen anfordert, aber auch das Governance-Meeting für den Steuerungsraum, also da ist der Raum, wo Teams gemeinsam entscheiden, ob sie vielleicht ihren Purpose nochmal anpassen wollen, ihre Rollen vielleicht nochmal verändern müssen oder auch wieder abschaffen müssen oder neue Rollen brauchen, wenn sich der Kontext verändert. Okay, das ist ja ein Game-Changer gewesen, Björn, ich erinnere mich sehr gut. Ja, ich weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr schon mal in dieser Unterscheidung gedacht habt, vielleicht ist es ein bisschen verständlicher, wenn man davon spricht, wann arbeite ich im System und wann arbeite ich am System, wann endere ich die Regeln und wann arbeite ich quasi den Regeln folgend und für uns war das ein absoluter Game-Changer, diese beiden Kalorien erstmal zu trennen, dann haben wir zwei unglaublich, da haben wir jetzt nicht ganz die Zeit für, aber zwei unglaublich kraftvolle Meeting-Formate kennengelernt, die einfach die Frequenz und die Geschwindigkeit und aber auch die Qualität unserer Entscheidungen massiv verändert hat und dritter Punkt, das was Miri auch vorher schon gesagt hat, auch hier wieder, wir schaffen Transparenz über das, was überhaupt entschieden wird und machen es dadurch auch für Leute, die vielleicht nicht im Meeting waren oder die sich nicht mehr erinnern, was im letzten Meeting besprochen wurde, nachvollziehbar und dann auch wieder bearbeiten. Das ist wirklich immer was, worauf wir zurückkommen, Transparenz und Dokumentation herstellen. Genau, Dokumentation auch nochmal ein wichtiger Punkt hier, ich glaube, alle Teams, mit denen, also die ich begleite, kommen wir auch schnell dann an den Punkt, okay, und wie schaffen wir Transparenz, also mit welchem Tool machen wir das und wie können wir da quasi gut in unserem System arbeiten und alleine, dass das auch nochmal in den Vordergrund kommt und in eine strukturierte Art und Weise dann in der Organisation oder in dem Team integriert werden kann, hilft auf vielen Ebenen, also nicht nur auf der Ebene der Transparenz und der Entscheidungsfindung, sondern tatsächlich auch noch auf der Ebene der Digitalisierung, also wie werden wir hier eigentlich gemeinsam auch nochmal besser in der Tool-Nutzung, also das vielleicht so ein bisschen als Randnotiz, weil ich weiß, dass es in vielen Organisationen eben auch immer noch ein Thema ist. Ja, ich glaube, die Königsdisziplin tatsächlich, die ein Team lernen darf oder zumindest mal ausprobieren darf und dann guckt, ob das was ist, ist das Thema Entscheidungen. Also erstmal auch transparent machen und wissen, wie können wir eigentlich als Team hier Entscheidungen treffen, ja, also welche Entscheidungen dürfen vielleicht auch mal autokratisch getroffen werden und welche Entscheidungsprinzipien haben wir eigentlich zur Verfügung, also da so ein bisschen das Upskilling auch in einem Team zu haben, wie können wir Entscheidungen treffen und mit dem neuen Entscheidungsweg oder der zumindest für viele Teams neu ist, mal auszuprobieren, auch gerade in diesem Governance-Raum, den wir gerade angesprochen hatten, also diese strukturellen Entscheidungen, mal in einem Konsent auszuprobieren. Also, das heißt, wir bringen quasi im Sinne des Proposal-Thinkings, bringen die Teilnehmenden oder die Mitarbeitenden Vorschläge ein für einen Veränderungsvorschlag ein und der wird eben nicht auf Zustimmung geprüft, sondern auf valide Einwände und damit versuchen wir eigentlich dem Prinzip des Safe enough to try, also ist es sicher genug, diesen Vorschlag vielleicht mal auszuprobieren, um ein bisschen weiterzukommen in unserem Team, um ein bisschen Veränderungen auch zuzulassen und nicht gleich zu sagen, boah, was habe ich hier für ein, das geht auf keinen Fall, das können wir nicht machen, weil dann passieren tausend Dinge, das ist ja oft das Kopfkino, was bei uns dann losgeht, wenn es um eine neue Rolle vielleicht geht oder eine Regel, an der wir uns vielleicht mal halten wollen und um da quasi wirklich sukzessiv Schritt für Schritt einen kleinen Schritt weiter zu kommen, um dann eben zu gucken, ist es safe enough to try für uns, vielleicht auch nur für einen Zeitraum mal von sechs bis acht Wochen, können wir das mal ausprobieren, um dann wieder in eine neue Iteration zu gehen. Björn, ihr macht es ja regelmäßig oder wir machen es ja auch zusammen teilweise regelmäßig mit den Rollen, wie, welche Veränderungen hast du vielleicht auch nicht nur für dich, sondern auch bei den Mitarbeitenden erlebt, über den Konsentmodus zu Entscheidungen zu kommen? Ich fall mir vor allem zwei Sachen ein, zum einen merke ich einen unglaublichen Schub an Motivation, dass Menschen mit Ideen und Vorschlägen, dass die Vorfahrt bekommen, weil genau so läuft es im Prozess ab. Ich habe eine Idee, was sich an der Organisation verändern kann, um diese schwere Kugel den Berg hoch zu schieben und jetzt werde ich plötzlich vorgelassen. Also erstmal habe ich mit dem Vorschlag ein gewisses Vorrecht. Nur Leute, die sagen, ich habe einen Einwand, dürfen ihn aufhalten. So, da merke ich eine gewisse neue Energie und den anderen Aspekt finde ich, dass Menschen, die jetzt abweichende Haltungen haben, die einfach die Entscheidung vielleicht auch nicht gut finden, die dürfen diese abweichende Perspektive auch einbringen. Der Vorschlagende, die Vorschlagende, muss aber diese Anregungen nicht aufnehmen, weil, wie Miri gesagt hat, es geht nur um Sicherheitsbedenken, Sachen, die wirklich jetzt dagegen sprechen würden, also diesen Vorschlag hier anzunehmen, also die auch wirklich uns tiefgreifend als Organisation gefährden. Nur diese Einwände, die werden am Ende auch gehört. Meine Erfahrung ist aber, dass wenn Leute im Kreis überhaupt mal sagen konnten, wie sie die Sache sehen, selbst wenn das dann nicht angenommen wird, also selbst nicht in den Vorschlag einfließt, diese Anregung, dass die extrem entspannt schon sein können, weil sie es einfach mal sagen durften. Und da, das würde ich euch ans Herz legen, so der einen Seite Vorfahrt denjenigen, die die Vorschläge und Ideen haben, die nicht zu frustrieren, auf der anderen Seite abweichende Meinungen auch zu hören und einfach denen einen Raum zu geben, weil oft brauchst du gar nicht, ich möchte es einfach mal gesagt haben, dann kann ich auch damit leben, dass das anders gemacht wird vielleicht. Danke dir. Wo wir noch mal ein besonderes Augenmerk drauflegen, ist das Thema Fasilitation. Miri, entschuldige, ich würde kurz Hennings Kommentar vielleicht auch nochmal darauf eingehen. Henning hat hier geteilt, die Konsentmoderation fühlt sich zu Beginn sehr seltsam, oft auch anstrengend und künstlich an, erfordert einen guten Moderator für die Meetings. Eigentlich perfekte Überleitung jetzt zur Fasilitation, können wir eigentlich so aufnehmen, oder Miri? Ja, nee, das finde ich wirklich eine gute Überleitung, weil dieser Schritt ist ein Schritt, den wir speziell nochmal aufgenommen haben, weil er vielleicht ein bisschen untergeht an der einen oder anderen Stelle. Es braucht für das selbstorganisierte Arbeiten eine starke Fazilitationskompetenz oder Moderationskompetenz, weil diese Meetings sehr strukturiert vonstatten gehen und es da jemand, also diese Rolle braucht und auch die Kompetenz in der Organisation braucht, diese Rolle auch gut auszuführen. Und das darf man lernen, also das kann man wirklich trainieren und wir finden es auch wichtig, dass nicht nur die Führungskraft jetzt die Facilitation-Superpower hat, ja, oder die Lead-Rolle, also wie auch immer man das dann nennen möchte, sondern dass alle eigentlich diese Kompetenz aufbauen, damit auch jeder in diese Rolle reinschlüpfen kann, weil das macht was mit einer Organisation, wenn in einem Team nicht nur immer eine Person moderiert, also diese Moderationsrolle hat in Organisationen auch eine Machtfunktion und das quasi aufzulösen und zu sagen, nein, wir versetzen jede Person in die Rolle, diese Meeting-Formate zu facilitieren, bricht auch klassische Hierarchien, die vielleicht informell auch stattfinden, durchaus mit auf und deswegen haben wir das hier nochmal so ein bisschen auf dem Podest gehoben, weil es auch etwas ist, was im Nachgang, wenn man dann mal diese selbstorganisierten Arbeitsweisen gelernt hat, immer so ein bisschen das, ja, wie nennt man das, nicht Bottleneck, aber so das ist, wo man nochmal nachschärfen muss, weil das so wichtig ist, damit das ganze System funktionieren kann. Henning. Ja, wir hatten bei uns, als wir damit begonnen haben, uns in den Loop oder die Holakratie zu bewegen, zwei, also, war neben mir noch ein anderer Kollege, der auch als Loop Fellow sich ausbilden lassen und wir haben erstmal alle Meetings moderiert und dann nach und nach weitere Fassilitatoren, Moderatoren intern quasi ausgebildet, haben dann nach ein paar Monaten nochmal von The Dive uns eine Beraterin reingeholt, die so ein paar Meetings sich angeguckt hat und geschaut hat, ob wir da auch richtig on track sind und was wir regelmäßig machen seitdem ist für die Standardrollen, die wir haben, da gehören die Fassilitatoren zu, die Secretaries und bei uns die Circle Leads oder Circle Ambassadors, wie sie bei uns heißen, regelmäßige Introvisionen so ein Lean Coffee Format anbieten alle paar Wochen, wo sich die dann untereinander auch austauschen können und wir als Loop Fellows nochmal so ein bisschen auch als Experten bei bestimmten Fragen noch zur Seite stehen können und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch gerade für alle die, die in solchen Rollen sind, denen noch wieder Stütze und Hilfe anbietet, damit die nicht alleine gelassen werden in dieser Moderation und in diesen Entscheidungen, die sie ja dann mit beeinflussen in der Moderation. Auf jeden Fall, so finde ich auch ein schönes Beispiel. Ich will nur ein bisschen für diejenigen, die vielleicht da noch nicht so eine genaue Vorstellung haben, so die Sorge nehmen, dass jetzt diese Fassilitation als Superpower, dass die auch SuperheldInnen erfordert. ein Learning, was wir in der Agentur so gemacht haben, ist, dass es tatsächlich relativ wenig braucht, um mal einen ersten Schritt zu machen. Wir haben das beim Loop gelernt, dass es auch so darum geht, eher roboterhaft den Prozess zu halten, um den es geht. Also gar nicht jetzt unbedingt jetzt so kunstvoll zu moderieren, sondern tatsächlich eher einfach dafür da zu sein, dass alle zu Wort kommen, dass wir im genauen Zyklus des Meetings bleiben, dass die Zeit am Ende im Auge behalten wird, dass die TransparenzmeisterInnen entsprechend die Entscheidungen protokollieren, solche Sachen. Das ist relativ leicht, da reinzukommen. Nicht allen liegt es gleich, aber einfach so als Botschaft, es ist nicht irgendwie Rocket Science und es geht darum, jedem und jeder da auch so eine eigene Stimme zu geben und tatsächlich den Prozess zu halten. Irgendjemand hat mir mal gesagt, du liest doch vom Blatt ab. Ja, zum Beispiel. Einfach eine ganze Spur und das ist auch völlig okay, wenn das jemand ein bisschen vielleicht knochiger macht, völlig in Ordnung. Verena hat eine Frage gestellt, weiß nicht mehr, wollen wir die gleich mit reinnehmen? Ja, klar. Wie geht ihr damit um, wenn sich darauf geeinigt wurde und es gut eingeübt und moderiert wird, sich dann aber Einzelne, aka die höchste Führungskraft, ich weiß nicht, wie du auf so einen Gedanken kommst, nicht an die im Konsent getroffen auf eine Entscheidung hält? Hier habe ich eine Erfahrung gemacht, die etwas gut gemeintes und sinnvolles dann leider in eine Farce verwandelt hat. Wie gehen wir damit um? Ja, Björn, aus deiner alten Rolle heraus und vielleicht aus deiner neuen Rolle heraus kannst du ja mal Erfahrungen teilen. Also natürlich ist es, also von Führungskraft in Führungskraft, ist es natürlich, ist sowas wirklich Gift, wenn man im Prinzip das System erst enabelt und dann eben den Stecker zieht und sagt, ey, ich überschreibe das jetzt oder ich ignoriere es ganz einfach. Das macht tatsächlich natürlich das Vertrauen in genau so einen Prozess völlig kaputt. This being said, würde ich sagen, geht es am Ende darum, wir haben den Begriff der Spannung ja schon erwähnt, wenn sowas im Raum steht und man das bemerkt, dass dann tatsächlich spannungsbasiert auch darüber gesprochen werden darf. Also Moment, wir haben da eine Entscheidung drauf, jetzt wird die hier nicht jetzt wird die hier nicht am Ende auch so exekutiert. Das heißt, das ist dann eigentlich der ultimative Test. Sind Menschen auch überhaupt imstande, Spannungen mit solchen ja offensichtlichen Inkonsistenzen äußern zu dürfen? Wenn sie, wenn sie den, den sicheren Raum dafür nicht haben, ist es ein Zeichen, dass tatsächlich hier was eher an der Oberfläche gestaltet wurde und dahinter ein ganz anderes informelles System stattfindet. Und das ist keine gute Sache. Wirst du wahrscheinlich wenig sehen, Jurena. Aber vielleicht magst du auch nochmal selbst was dazu sagen, wie die Erfahrungen dann für dich weitergingen. Tatsächlich nicht gut. Also es wurde, es war nur ein Beispiel von vielen, also wo wirklich gute Dinge eingeführt wurden oder wo wir auch auf Team-Ebene sehr gut in die Richtung Selbstorganisation unterwegs waren, aber tatsächlich jetzt uns auch an der besagten Führungskraft die Zähne ausgebissen haben oder das Ganze auch nicht gut geendet ist. Es wurde angesprochen, aber es hat eher dann den Kreislauf nach unten, also es hat die Dinge eigentlich, dieses informelle System, was du ansprichst, halt dann nochmal expliziter gemacht, dadurch, dass solche Dinge probiert wurden, auch im gemeinsamen Commitment, wurde es halt immer transparenter, dass es dieses informelle System gab und das hat aber eher zu einer Abwärtsspirale geführt, weil dann Leute aufgehört haben, Dinge anzusprechen, aufgehört haben, Spannung anzusprechen, weil es eben am Ende nichts genützt hat. Ja, also es hat eigentlich dazu geführt, aufzuzeigen, welche anderen Probleme darunter liegen, aber ich kann leider nicht von einer positiven Lösungsgeschichte berichten, nein. Inwieweit ist die Führungskraft denn, also wie weit oben in der Organisation ist die Führungskraft, steht sie wirklich an der Spitze der Organisation oder gibt es noch Ebenen darüber? Das war die Vorstandsebene, darüber gibt es nur noch die Aufsichtsratsebene. Okay, dann weiß man sich, dann funktioniert es auch nicht. Ja. Das muss man ganz klar sagen. einen ganz coolen Tipp drin. Der Wille zu so einer Transformation, der muss Top-Down da sein und das muss auch Top-Down von allen gesponsert werden. Das ist wie bei einer guten Strategie, wenn jemand eine Unternehmensstrategie unterläuft, weil er eigene Ideen hat, oft an der Position wird auch eine Strategie nicht funktionieren. Und das sind genau die Leute, die dann immer sagen, ich lade mal alle ein, dass sie doch ihre eigenen Vorschläge einbringen sollen, aber irgendwie macht das niemand, weil sie eben mit dem Hintern in der Regel die Entscheidungen, die getroffen waren, dann wieder einreißen. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine der wenigen Sachen, wo man auch sagen muss, dass es tatsächlich, damit ist so ein Prozess zum Scheitern verurteilt, so traurig das ist. Deswegen fangen wir auch mal gerne tatsächlich auf der Ebene an, weil wenn diese, dieser Willen, wenn dieser Wille nicht eindeutig da ist und wir auch da ein gemeinsames Commitment herstellen können, dann ist die Aussicht auf Erfolg auch nicht da. Mein größtes Learning war, als Geschäftsführer halt einfach die Klappe zu halten und wirklich auch den, du kannst nicht selbst Orga predigen und dann sagen, lass mich mal ran, ich mach das jetzt. Das tut weh und es ist psychisch nicht leicht zu verändern, aber ist wirklich, wie Henning sagt, ist absolut eine Voraussetzung. Danke. Danke für die Frage. Vielleicht kannst du, wenn am Ende noch Zeit ist, da tatsächlich vielleicht noch mal was zu sagen. Sehr gerne. Geschäftsführer, was waren für dich so auch so diese vielleicht auch unerwarteten persönlichen Hürden, also auch so, was da vielleicht dann so, vielleicht haben wir da noch mal noch Zeit. Bestimmt. Danke. Wir sind ja auch gleich am Ende, das heißt, wir können es gleich tun und ich finde, das ist eigentlich auch eine sehr schöne Überleitung zu dem letzten Schritt zum Thema Feedback und Konflikt. Das rundet das Ganze so ein bisschen ab, weil es eben eine ganz hohe Bereitschaft braucht, ins Feedback zu gehen, also wirklich seine Spannung zu bestimmten Dingen zu äußern und das System, also das Team, aber insgesamt auch in der Lage sein muss, diese positiv zu integrieren oder konstruktiv, sagen wir eigentlich, zu integrieren und auch Konflikte anzusprechen und die, das ist auch wieder so eine Kompetenz, also Feedback- und Konfliktkompetenz, die natürlich in solchen Teams besonders wichtig ist, dass die gestärkt wird auf allen Ebenen, also nicht nur auf der Führungsebene, sondern auch auf der Team-Ebene, aber eben mit dem Beispiel, was du genannt hast, Verena, wenn quasi dann niemand in der Lage ist, in der Lage in Anführungsstrichen, sondern also wenn niemand das anspricht oder ansprechen kann und diese Person dann auch in Reaktion, also in Resonanz, also in eine konstruktive Resonanz darauf geht, dann wird es natürlich schwierig, weil man sich dann nicht mehr in dem konstruktiven Lösungsraum oder konstruktiven Konfliktraum befindet, sondern eben in dieser Spirale, die eher nach unten geht und die keine positive Veränderung des Systems zulässt. Und positiv ausgedrückt, wenn man spürt, und ich finde mich in letzter Zeit leider oder zum Glück häufig auch in solchen Runden wieder, wo eben Sachen wirklich angesprochen werden, so sag mal, das geht doch nicht, jetzt hast du da ein Veto eingelegt, aber das hält uns doch nur auf und so, das ist eigentlich der ultimative Beweis, dass Selbstorganisation wirklich auch greift und dass sich Menschen in einem sicheren Raum fühlen, dass sie das äußern können. Und das dauert einfach eine ganze Zeit und deswegen machen wir auch dieses Modul zum Abschluss, da muss sich auch die Gruppe, also auch mit uns als Coaches sozusagen schon ein bisschen besser auch vertraut sein, da geht es einfach sehr in persönliche Räume rein, das geht ziemlich an die Substanz und ich würde da aus unserer Erfahrung noch mit reingeben, gerade bei Thema Feedback auch als Führungskraft immer zu schauen, wird sich Feedback auch gewünscht und wenn ja, in welchem Raum, in welchem Format auch. Es gibt nämlich, das lernen wir dann auch in diesem Modul kennen, auch verschiedenste Formate, die sich da im Rahmen des Loops bewährt haben und es ist einfach wichtig, immer auch abzufragen, ist das Feedback ja jetzt auch so angebracht und ist man dazu eingeladen und ganz wichtig, nochmal an die Räume von wohin gedacht, in welchem Raum findet es statt? Ist das was, was sich eher auf den persönlichen Raum bezieht oder gebe ich gerade ein operatives Feedback? Das ist ein Unterschied. Ich kann dir sagen so, du machst auf mich einen total irgendwie offenen und herzlichen Eindruck, bist in Bereicherung für mein Team, aber wenn ich dir ein Feedback gebe zu dem Job, den du gerade für diesen Kunden gemacht hast, sollte man das idealerweise nicht vermischen und das hat mir sehr geholfen, da klarer zu sein und nicht die andere Person, die sich ja in so einem Moment auch unsicher mal fühlt, dann nicht durch so eine Achterbahn zu jagen und sagen, so, und jetzt rede ich mal über dich persönlich und dann über den Kunden und jetzt noch über was ganz anderes. Das ist, glaube ich, ein großer Gewinn, gerade für Menschen, die sich vielleicht nicht auf Augenhöhe begegnen. Genau, und jetzt, klar, ist die Frage so, wie macht man das? Wie kommt man da denn jetzt hin? Am Ende des Tages ist es ein Angebot eben für Teams, die das durchlaufen, also sei es Führungsteams oder sei es keine Marketingabteilung oder wie auch immer, also auf Team-Ebene und das Step-by-Step lernen. Das heißt, es gibt bestimmte Module. Wir haben es hier zusammengesetzt, wie das quasi für uns gut funktioniert, dass man erst mal eben mit dem Purpose und auch so ein bisschen der kulturellen Identität der Organisation startet, sich dann über die Rollen vorarbeitet zu den Meeting-Formaten, zusammenhängend mit den Entscheidungstechniken und dann eben noch mal ein spezielles Augenmerk auf dem Thema Fassilitation hat, bis hin zu eben dem Abschluss, dem warmen, aber auch tiefgehenden Abschluss des Themas Feedback und Konflikt und was wir parallel dazu machen, ist, dass wir diese, die Meetings auch noch mal, wie Henrik das schon gesagt hatte, Entschuldigung, Henrik, wie Henning das schon gesagt hatte, begleiten als Supervision und als noch mal Feedback-Möglichkeit, damit das Team sich noch mal verbessern kann in diesen sehr speziellen Meeting-Formaten. Das ist so eine Dauer, die geht je nach Team natürlich und Zeit-Möglichkeit so vier Monate, so drei bis vier Monate, das sind so circa 40 Stunden pro Kopf, die es da braucht und man kann das eigentlich ganz gut auch über das Weiterbildungsbudget, so machen wir es momentan viel, genau, über das Weiterbildungsbudget pro Kopf eben dann auch abrechnen, weil es am Ende des Tages glaube ich ein sehr, sehr gutes komplettes Paket ist, was das Team in der kurzen Zeit extrem befähigt, sich zu transformieren tatsächlich und auch in ein anderes Verhalten zu kommen, weil es keine klassischen Trainings sind, sondern es ist ein On-the-Job-Doing, also wir arbeiten da mit dem Team an den Dingen, die das Team eh machen muss, genau und ja, das macht viel Spaß, kann man auch noch sagen. Wie ihr seht, ist es so gerahmt mit zwei Präsenz-Terminen auch, das ist jetzt eher ein Modell, was tatsächlich, wie Miri gesagt hat, sich auf ein Team fokussiert, es ist für uns auch denkbar, da gemischte Konzentrationen zu bringen, dann würde man es ein bisschen anders bauen, dafür haben wir aber auch, gerade wenn Leute vielleicht auch noch ihrer Führungskraft irgendwie oder dem Geschäftsführer, der Geschäftsführerin verkaufen müssen, haben wir auch eine kleine Masterclass, können wir vielleicht auch nochmal gerade zeigen, das ist so der Start, um es auch nochmal über jetzt so eine Einführung, wie wir sie hier machen, besser zu verstehen. Das ist so eine, das ist so ein fünfstündiges Format, in dem wir schauen, ja, ist das überhaupt das Richtige für mein Team? Da gibt es ein paar Indikatoren, die das relativ klar beantworten und ich würde sagen, auch wenn man am Ende zum Ergebnis kommen sollte, dass das komplett gar nicht passt, hat man da ganz schön viel auch mitgenommen an Standardbestimmungen für das eigene Team. Also da werden von uns ein paar Abfragen gemacht, also es gibt wirklich jetzt keinen Vortrag, wie wir ihn hier euch gehalten haben, sondern da geht es schon wirklich ins einzelne Erarbeiten, auch zu einzelnen Themen, man kommt mit einer Standortbestimmung raus. Das sind ja wir. Das sind wir und jetzt teile ich das, höre ich mal auf zu teilen und du kannst auch gerne die Aufnahmen schon mal stoppen. Jawohl. Danke euch, bis zum nächsten Mal.